ja moin leute solaris hier ich bin's wieder und ich habe heute on stream live den sandica rising debut stream gesehen und ich habe den zusammen mit meinen twitter geguckt und ich war sehr excited also es war richtig richtig toll die haben unfassbar viel rausgeknallt und ich dachte mir ich fasse mal einfach kurz zusammen was denn so passiert ist das video war tatsächlich ungefähr 40 minuten lang und ja man sieht so ein bisschen man hat hier so ein bisschen den den trailer gesehen tatsächlich und es gab auch eine kleine story also jimmy wong und rebecca scott sind tatsächlich durch so ein adventure gelaufen irgendwie natürlich auch sandica rum und haben immer mal wieder mechaniken erklärt und auch neue spoiler karten gezeigt und das war eigentlich eine ganz nette show ungefähr 40 minuten lang der link dafür ist unten ja was passiert in sandica natürlich wie es sich gehört ist erstmal ein kleiner trailer passiert beim trailer ist es wie folgt gewesen wir sehen hier nahiri akiri und noch irgendjemand den ich nicht kenne und die finden hier in diesem hidrin teil diesen lilanen kristall nahiri sozusagen sagt erstmal nein halte ich davon zurück ich werde das ding gebrauchen das hilft uns irgendwie aber so genau weiß man noch nicht was das bedeutet kurze zeit später wird es dann aber gefährlich wenn nahiri den kristall klaut über den kristall wissen wir jetzt noch nicht so wirklich was und jetzt scheint die welt wie es sich gehört natürlich in sandica zu bröckeln landfall nicht umsonst vorhanden tatsächlich es folgt eine ein extrem krasses wegrennen ein extrem krasses flüchten dieser kristall scheint irgendwas zu bedeuten aber vor den naturgewalten von sandica kann man nicht so besonders gut frei davonlaufen sie versuchen es natürlich irgendwie aber schlussendlich werden sie von einem elementar gecatcht alles sieht ganz gut aus sie scheinen davon gekommen zu sein und plötzlich kommt ein riesiges feuer elementar was auch immer das zu bedeuten hat das ist irgendwie sandica ist ja die welt wo es ganz viel darum geht naturgewalten große elementare man muss ständig mit der gefahr leben zu sterben weil es einfach so krass ist was auf sandica passiert und jetzt versucht man natürlich irgendwie das elementar zu besiegen schlussendlich stellt sich aber heraus dass dieser lilanen kristall den nahiri da irgendwie gefunden hat einigermaßen in der lage ist diese uhrgewalten die auf sandica herumlaufen zu wendigen aber zu welchen kosten das will ich euch jetzt nicht verraten den trailer könnt ihr euch am besten selber anschauen wenn ihr den bock darauf habt der link ist auch unten so kommen wir jetzt tatsächlich mal zu den mechaniken was gibt es denn neues in sandica rising naja erstmal welche mechaniken sind überhaupt da zum einen kicker kicker ist eine mechanik die gab es schon häufiger es gibt so ein sprichwort in magic jede mechanik ist irgendwie kicker kicker sind einfach karten die zusatzkosten haben sogenannte kickerkosten und dadurch einen stärkeren effekt erzielen es gibt beispielsweise eine karte die nennt sich narlid colony das ist ein 2 mana 2 2 beast der ist erstmal 2 2 und für kicker 2 und ein grünes wenn man die mehr bezahlt dann kommt er mit 2 plus 1 plus 1 marken ins spiel und jede kreatur mit einer plus 1 plus 1 mark hat trample ist also entweder ein 2 mana 2 2er oder ein 5 mana 4 4 trampler das ist im prinzip kicker relativ leicht erklärt die nächste mechanik die auch nicht neu ist tatsächlich ist landfall auch eine returning mechanic es gibt beispielsweise den spitfire lagg 3 und ein rotes ist ein 3 4 lizard mit landfall whenever land enters the battlefield under your control spitfire lagg deals one damage to each opponent ja also von daher das ist erstmal nichts neues einige von euch werden sicherlich denken oh 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 wenn jetzt uro noch im format ist landfall ist eine super super krasse mechanik naja gut wollen wir erstmal schauen und abwarten kommen wir zu den neuen mechaniken da ist zum einen party new mechanic wie wird sie erklärt get a bonus if you control a party your party consists of up to one of each of cleric rogue warrior and wizard das ist vielleicht eine etwas schwieriger zu verstehende mechanik was bedeutet das party ist so ein bisschen angelehnt klassische rollenspiel ihr kennt das vielleicht wenn ihr mal wo ww oder irgendwelche mmos gespielt habt sozusagen eine klassische party besteht aus einem damage dealer einem tank einem healer und so weiter und so fort und in magic ist das im prinzip genau das gleiche wir haben jetzt vier explizite kreaturen typen als klassen und zwar cleric rogue warrior und wizard und die haben boni je voller die party ist beispielsweise hier kabira outrider drei und in weißes sind drei drei human warrior wenn kabira outrider enters the battlefield the target creature gets plus one plus one until end of turn for each creature in your party your party consists bla 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 und so weiter das hatten wir schon bedeutet habt ihr also alle kreaturen typen vertreten einer party bekommt die kreatur plus vier plus vier kabira outrider ist selbst ein warrior das heißt also einen typen haben wir komplett erfüllt das heißt mindestens plus eins plus eins ist ein bisschen eine komische mechanik aber gut ich bin gespannt was sie sozusagen machen wird im limited sicherlich ganz ganz spannend im constructed bin ich mir nicht so sicher außerdem hier noch vielleicht zu sagen wenn ihr sowas kennt wie changelings oder beispielsweise ihr kennt eine karte die ist ein rogue warrior oder ein cleric wizard oder was auch immer dann zählt diese karte theoretisch für beides aber nur einmal also ihr könnt euch dann aussuchen ob ein cleric wizard für eure party entweder ein cleric oder ein wizard ist aber ihr erfüllt nicht zwei attribute einer klasse deshalb bei changeling changeling ist ein joker aber zählt nicht für vier karten als letztes haben wir noch als neue mechanik modal double faced cards die leute die in innestrat schon gespielt haben oder früher vielleicht oder dann wann es sonst noch mal aufgetreten ist in den zweiten innestrat zum beispiel es gibt einfach zweiseitige karten hier ist die erklärung when you cast the model dfc choose which side of the card you cast the front side is the spell the back side is the land auch nicht immer wahr tatsächlich manche double faced karten sind halt zwei länder ich kann euch das mal einmal kurz zeigen so hier sind wir das ist zum beispiel so eine double faced karte vela could awakening zwei und ein rotes für ein instant put any number of cards from your hands on the bottom of your library then draw that many cards plus one von der einen seite auf der anderen seite ist es vela could stoneforge and has the battlefield tapped und tapped für ein rotes hier unten könnt ihr immer erkennen was auf der anderen seite zu sehen ist so dass ihr da auf der sicheren seite seid na grundsätzlich finde ich die eigentlich ganz cool sie unterscheiden sich von den alten transform karten darin dass wenn einmal eine kartenhälfte oder kartenseite gewählt ist sie nicht mehr transformiert wird sie wird also gar nicht sondern ihr entscheidet euch beispielsweise bei dieser karte brauchen wir am anfang länder dann spielen wir sie als land später wenn wir genug länder haben können wir sie einfach als spell spielen und karten ziehen außerdem habt ihr fürs limited wenn ihr jetzt sozusagen oder fürs constructed wenn ihr paper magic spielt gibt es extra diese schablonen hier wenn es nämlich mal so sein sollte dass ihr durchsichtige hüllen habt dass man also auf der rückseite erkennen konnte erkennen könnte dass es eine double faced karte ist muss man irgendwie verhindern dass man das sieht und hier auf diesen schablonen könnt ihr dann eintragen was ist die frontseite was ist die backseite was macht die karte on the front was macht die karte on the back so dass ihr auf der einen seite geschützt seid dass es nicht geklopft und auf der anderen seite wisst ihr dann was beide seiten machen ihr spielt diese karte und spielt ihr sie dann aus oder zieht ihr sie könnt ihr sie einfach durch die legale und echte kopie die in eurem besitz ist ersetzen ist ein bisschen umständlich aber insgesamt trotzdem eigentlich witzig ich mochte double faced karten bisher eigentlich immer sehr gerne so jetzt haben wir ja gerade ein bisschen über spoiler geredet und es gibt tatsächlich schon einige spoiler auch von sandika rising wie ihr sehen könnt 58 sind schon gespoilert wenn ihr also bock habt euch alle mal anzugucken die werde ich jetzt nicht im einzelnen durchgehen dann schaut doch mal auf mythicspoiler.com vorbei unten ist natürlich auch der link so weiter geht es jetzt auch mit dieser mit dieser preview die heute mittag erschienen ist also hier sind auch ein paar karten ganz ganz spannende karten blood chief thirst zum beispiel lotus cobra ist ein reprint hier sieht man sie auch in der es gibt auch wieder diese showcase art oder wie auch immer die heißt also einige karten sind schon gespoilt worden besonders spannend finde ich diese länder hier auch modale karten wir hatten gerade einmal das das land gesehen was auf der anderen seite ein spell ist wir haben hier auch länder die auf der anderen seite ein land sind quasi dual lands aber man muss sich wenn man sie spielt entscheiden für welche farbe des manas sie getappt werden können ja was ist sonst noch passiert es gibt neue planeswalker full art cards außerdem super spannend für mich tatsächlich welche neuen editionen kommen in kommen in 2021 denn wir nähern uns dem ende von 2020 und es ist doch so langsam vielleicht ganz schön zu wissen was denn im nächsten jahr auf uns zukommt und da haben wir flavor mäßig ziemlich einen win möchte ich mal sagen wir haben zum einen das erste was wir sehen werden ist kaltheim wiking culture and mythos also wir kommen zu den wikingern das finde ich mega mega geil als zweites haben wir strixhaven school of mages wir kommen sozusagen the most elite university in the multiverse also hier tatsächlich so ein bisschen harry potter mäßig vielleicht das sind zumindest sozusagen die gerüchte die gerade rumlaufen finde ich auch ein sehr spannendes und flavorfulles set als drittes haben wir dann dungeon and dragons meets magic adventures in the forgotten realms einige von euch kennen ja vielleicht dungeon and dragons dungeon and dragons wird auch tatsächlich von wizards of the coast vertrieben und dementsprechend ist es da naheliegend das ganze einmal zu verbinden ich bin gespannt wie es ist ich als pen and paper rollenspieler werde sicherlich irgendwie daran spaß haben kann mir einmal auch nicht vorstellen dass sie den flavor komplett verballern und als letztes kennen wir zu meiner lieblings plane zurück innistrad werewolves und innistrad vampires das heißt 2021 wird super 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 geil super flavorful außerdem kann man hier noch sehen zwischen q1 und q2 kommt noch times by remastered das ganze ist ein paper only set wenn mich nicht alles täuscht oder also zumindest nicht arena und modern horizons 2 auch eher was für die paper leute ja zusätzlich dazu kann ich noch sagen es gab zum schluss noch einen auftritt von sean plott sean plott besser bekannt als day nine vielleicht der magic auf mobile gezockt hat das heißt es wird wohl nicht mehr ganz so lange dauern bis wir zum ersten mal eine mobile version von mtg arena haben werden das ist natürlich das worauf alle warten ich bin auf jeden fall gespannt ich habe mega bock darauf das wird super 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 geil kleiner zusatz noch mit zendika rising kommt auch ein neues eine neue booster art hinzu zwar die sogenannten set booster neben den collectors boostern und den normalen draft boostern kommen jetzt also auch noch set booster dazu und hier seht ihr eine zusammenstellung dieses boosters es ist einmal eine art karte ein full art land dann ein mix of commons und uncommons die aber ein thema teilen das heißt die sind sich irgendwie in gewisser weise ähnlich oder passen zusammen außerdem gibt es dann eine common oder uncommons showcase oder model dfc also diese flipkarten eine garantierte foil eine rare und mythic und zwei wild cards wo unter anderem auch die infusions aus älteren sets sein können das ist also ein ganz spannender booster tatsächlich auch ein neues produkt bin ich mal gespannt wie das dann laufen wird das ist es von mir das ist meine zusammenfassung von zendika rising ich hoffe ihr hattet spaß wenn euch das gefallen hat lasst mir doch ein like hier oder subscribe zu meinem channel das kostet euch nicht und supportet solaris bis zum nächsten video macht's gut tschüssi